Einen wunderschönen guten Tag liebe Freundinnen, herzlich Willkommen zurück zu Let's Play GTA Online mit dem Dennis. Hallo. Und das Cunning Stunts, keine Ahnung, wieso ist das so? Alter, wieso habe ich eine Handbremskam an? Update ist raus. Wo mache ich denn die Handbremskamera aus? Gar nicht. Wie, gar nicht? Ich wollte einfach nur mal schlau daher reden. Ne, scheinbar wirklich nicht. Naja, egal. Ja, ich habe mir gleich mal die laut Dennis coolsten drei neuen Autos geholt. Einfach damit wir, was ist mit dem, Alter, was ist mit dem verkehrlos? Damit wir da mal hart in dieses Stuntszeuggedöns rein starten können. Und ich fahre da jetzt mal eben ganz, 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 ganz fix hin. Und mit meiner Bungee. Wo fährst du hin? Zu meiner Garage. Achso. Soll ich schon mal in der Lobby suchen? Sollte ich die vielleicht noch tunen? Achso, ja, wäre nicht verkehrt. Ich meine ja nur. Ich habe zwar nicht mehr so viel Kohle, aber es sollte, glaube ich, klar gehen für drei Fahrzeuge. Wie viel Geld hast du denn noch? 1,5 Millionen. Sollte reichen, ja. Tasse Autofahren. Ohne Mist. Ich habe jetzt schon wieder zwei Wochen. Dann wirst du mit dem Update aber dann nicht glücklich werden, wenn du Autofahren hast. Kein GTA gespielt. Also gefühlte zehn Jahre kein GTA mehr gespielt im Endeffekt. Los, Garage. Wasche. Okay. Oh ja, Walter Röll. Audi S1. Fangen wir mit dem an. Steht das erstes da. Hast du auch gesehen, dass man da verschiedene Farben kaufen kann? Na klar. Wen hast du genommen? Klingt, warte. Den Redwood, den Classic. Okay. Ich finde das Blau auf Klasse. Und der ist kein Allrad, habe ich gehört. Yes. Glow auf klingt, als würde eine Scheibe platzen. Ich muss sagen, der gefällt mir schon mal ultra geil. Wo befindest du dich gerade? Los Santos Customs, ziemlich mittig in Los Santos. Und vor allem mit dem kann man schön driften. Hallo, Servus und grüß dich. Fahrzeug reparieren, Panzerung natürlich, Bremsen immer, Motor, Vollgas, Auspuff, Titanauspuff, klar. Scheinwerfer freilich, Neon-Kids. Darf ich ganz kurz vielleicht was einwerfen? Ja. Panzerung hilft dir bei dem Rennen überhaupt gar nichts. Ich weiß. Ja. Nein, ich will dieses Neon-Shirt weg haben. Hm. Super. Ich mache jetzt hier extrem schnell Tuning. Warte, aber ich muss wissen, wie Walter Rolls S1, Walter Rolls S1. Ich will die Farbkombination haben. Bilder. Gelb-Weiß. Gelb-Weiß. Wo ist denn da weiß? weiss 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 chords weiss ah hier frostweiss frostweiss ist gut sekundärfarbe willst du mich gerade veräppeln? super naja alles klar dann ist er jetzt rot-weiss OTT Spoiler Ne Wir behalten den Standardspoiler Der passt besser Renngetriebe natürlich Turbo Tuning Na immer Problem ist Ich will eigentlich Die Reifen will ich gar nicht anpassen Du machst doch nicht Oder Moment Sind das Geländereifen? Ne Mach ich auch nicht Allzeit kann ich schon sichereren Reifen Egal Kannst du trotzdem machen Schon sicherere Reifen Ne Doch 100%ig Echt? Klick mal drauf auf das Feld Und dann weißt es Dann schieße ich gleich nochmal zurück Obi um das Sportwagen Weil das Das passt mir jetzt gar nicht mit der Neonfarbe Neonfarbe Rot So Reifen 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 Oh du hast recht Das muss mich hören So dann schießen wir mal wieder zurück Im Gelände Also ich muss wirklich sagen Der fährt sich auch Also mit dem kannst du durchschießen wie mit dem Motorrad Fährt sich spitze Ich mein klar ist jetzt nicht der schnellste Super Nicht jetzt der schnellste oder so Oder nicht das krasseste Aber Ähm Rückwärts in die Garage So Das Sahne Stück Heben wir uns zum Schluss auf Das steht da hinten Au Klingt das jetzt nach einem echten Motorrad Das Motorrad soll auch gar nicht so langsam sein habe ich gehört Ja ist auch echt gut Kann natürlich nicht mit einer Hakusche mithalten Da brauchen wir gar nicht drüber reden So kann man auch eine Kurve nehmen Klar In dir LOL Wieso fällst du von dem Moped nicht runter Voll Das ist Äh Ja Hätte ich jetzt auch nicht gedacht Aber Wheelie machen ist mit der Kiste cool Wow Bei mir ist das gerade voll getroffen Das war Das war nicht mal mehr ein Millimeter Jetzt geht es schon wieder Also die Das Bike Sagt mir sehr zu Wenn man jetzt noch den Frontschutz weg machen kann Dann bin ich total glücklich mit dem Moped Dieses komische Höcker Teil Was da vorne dran ist Das ist ja so pottenhässlich Es sieht einfach nur Schlecht aus Achso Lackierung und das war es oder was Mmh So Sprunk Er hätte klappen können Siehst du du kannst auch zum Motor fallen Das Moped ist ein gutes Stuntmotor Also das ist Das habe ich jetzt schon gemerkt Also das ist wirklich Haha Da ist er mit dem Roller gefahren Rote Roller Mit der Vespa Hat er gefespert Boah Aber wenn das Ding mal ins Rutschen kommt Da muss man sagen Also fahrstabiler Ist deutlich die Hakusche Das ist Warte mal Jetzt machen wir mal den Gliding Test Ähm Dennis Anwesend Guck mal wo ich bin Äh Ein Dach wahrscheinlich Ne Ah lol Nicht schlecht Ähm Die gleitet besser wie die Hakusche So jetzt So vom ersten Empfinden her Vor allem höher Äh Das Würde ich sagen Ähm Würde es sich mal in der Vielleicht nächsten Folge Mal ein ausgiebiger Test Dieses Motorrad ist Ähm Lohnen Das ist wahrscheinlich gar nicht so Gar nicht so dämlich So Dann Warst du das gerade? Nö An meiner Garage? Nö Bin noch weiter hinten Okay dann Jetzt mal das Sahnehoppchen Mit Flügeltüren Wie kann man wieder Kamera wechseln? Hilf mir Hm Geile Anschalt Boah Alter der hat ein Digital-Tacho Wirklich Alter ist das cool Dennis die Karte ist geil Ultra Alter ist das cool Ist das cool oder was? Den fahr ich sogar Gerne in der Ego-Perspektive Einfach nur um Auf diesen Sachen zu gucken Während du die Karte mal noch kurz tunest Bin ich nochmal ganz kurz weg Jo Dann gehen wir weg Bin gleich wieder da Klasse Scheiße Mega coole Karte Also wirklich super geil Das ist Das ist schon Nein Ich will nicht raus Oh ich glaube das wird teuer Jawoll Rennauspuff Puppe Wir werden gerade Abend Leute Die Hupe immer noch im Hintergrund Also da bin ich wirklich für Debonair Debonoir Keine Ahnung Wenn man schon passt Rostweiß Geschäft der lila und mitternachtsviolett Fast ist richtig cool Und erinnert euch die Karte an irgendein Auto Irgendwas legendäres Für mich ist das Porsche GT1 So finde ich ihn klasse Der wirklich was bringt Schaut doch originale am kurzen aus Muss man wirklich so sagen Das Ist beste Reifenverbesserungen Die da Schauen wir mal was man bei den Neon Kids nimmt Die da Sägenfarbe Auch lila Cool Wow 131 MPa Klasse Das kann sich doch durchaus sehen lassen Macht doch Spaß zu fahren Muss man wirklich sagen Jetzt könnte langsam der Dennis wieder kommen Aber ich würde gerne noch ein Rennen fahren Dennis Wo bleibst du? Dennis Das ist immer cool Wenn man in der Aufnahmester schon in den AFK geht Aber so ist er der Dennis Das ist auch stark wie man mit dem Ding Burnouts machen kann Wie es den dann rumreißt Klang ist super geil Super geil dieser Klang Aber die Handbremse lässt wirklich zu wünschen Aber gut Das ist glaube ich Ganz normal Bei diesen Le Mans Autos Man muss auch sehen Wie tief die Karte ist Da ist hier Bordstein Da ist nichts mit Bordstein Ne? Im Endeffekt Wir können mal schnell zum Friseur gehen Zum Frasier Wer ändert Eine Typveränderung Ja Ich möchte mal einen Typ verändern Kontaktlinsen So Ey Dennis ist wieder da Da wird es ja auch Zeit Ich warte schon seit 5 Minuten auf dich Oh Immer wieder zusammen zocken Da habe ich ungefähr Wie lange drauf gewartet? Acht Tage? Ja komm dann mach jetzt mal hier eine Lobby auf Dass wir mal hier loslegen können So Jobs Jobs spielen Und Logstar erstellt So Hoffe ich kann ich auch einladen Gut Ich lade dich gleich an Ja dann los So Alle aus aktueller Sitzung Du bist auch mit dabei Denke ich mal Hab ich Eingeladen Los geht's Und Wum Wird die Ding schon voll Es ist cool Noch 3 Mitspieler Und wir sind voll Radio aus So Ich ahne Böses Wenn es schon heißt Schluchtenjäger Kann man eigentlich solche Strecken auch erstellen? Das weiß ich noch nicht Ich glaube aber nicht Also das wäre halt klasse Mhm Und das ist jetzt ein Auto denn wahrscheinlich Komm start mal Das ist sogar eine meine Lieblingsstrecken Das ist die erste Start mal Ne Ich muss erst warten bis die beigetreten sind Ich kann vorher nicht starten Start das ja Jetzt kann ich starten Erst wenn sie grün sind Kann ich auf Spiel starten drücken Aber ich finde es krass Das hier GTA meets Trackmania Das ist schon irgendwie Extrem chillig Ich hab ein Eder Cool Du noch ein bisschen Tires Nehme ich mal an oder? Hm? Tires oder? Ne ich hab den Proto Weil der schneller ist Minimal Ja toll Aber wenn du gut spielst Wenn du gut fahren kannst Dann kannst du auch mit einem anderen Karre gewinnen Kann ich nicht Ich find's auch klasse Klasse dass es Rennanzüge gibt Ach du heilige Kacke Hast du davon noch nichts gesehen oder was? Nein ich hab mir noch nichts angeguckt Absichtlich Freu dich So Erstmal an allen vorbei Wichser hier Los geht's Hast du Radio aus? Klar Nein Ich bin gleich mal aufs Dach gestellt worden Super Bei der Abzeugung Nimm die Linke Die Linke? Ja Minimal kürzer Okay Der erste Sprung war schonmal Wow Mega nice Du musst eigentlich bei der Strecke Gar nicht recht viel bremsen Du musst nur mal ein bisschen vom Gas gehen Boah Jetzt hab ich fast zu weit gesprungen Okay Gar nicht Ich verbremsen Gut Ich hol gleich einen ein Hoffe ich Oh Ah Ich sag's bloß Es sind drei Runden Oh Dieses Tunnel Dieses Rennz Ding Finde ich total klasse Oh Da gibt's noch viel krassere Strecken Das ist ja noch gar nix Und vor allem Es fällt sich wie Hm? Fällt sich wie ein Stück Mania Ja Wuhu Trick Mania ist schon ein Stückchen krasser Ja aber Hallo Ist es GTA Alter Überleg mal Ja klar Jetzt hab ich dich gleich Junge Oh du bist letzter momentan Oh was ist denn los Bin ich nicht Kann ich sein Hä wieso Wieso falsche Richtung Du hast ein Checkpoint verpasst Äh Vielleicht Dann drück Y zum Neuen Stück Ja Weißt du welchen Checkpoint Den hast du wahrscheinlich Übersprungen oder? Oh shit 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 Den ist am Start Den Checkpoint Was? Ja Jetzt ohne Witz Dann musst du wieder neu Machen Ja was glaubst du was ich grad mach Na da bist du jetzt derjenige vor mir Hundertprozentig dann Irgend so ein Wichser steht auf der Rampe Danke für den Tipp Boah shit Der hat mich weggeschissen Mehr oder weniger Ja was machen die da Trollen oder was Ja irgendwie schon Das ist ja So was hasse ich ja wie die Pest Also Entschuldigung Das ist doch hier ein Rennspiel Wurde sind wir hier nicht bei Checkpoint Ich dachte mir schon Ich seh die ganze Zeit keine Checkpoints Also den Stricker Den hau ich dann auch raus Wegen denen hab ich jetzt meinen Vorsprung von 13 Sekunden aufgegeben Weil der mich zweimal rausgeschmissen hat Tja Gib doch nur den Nur den Tipp du kannst versehentlich sogar Checkpoints überspringen Auch mit Autos Hab ich auch schon geschafft Ja hab ich grad schon gemerkt Ich glaub ich bin auch Aus diesem Checkpoint rausgeflogen Weil Weil die blöden Idioten einfach die erste Konfer nicht fahren können Das ist wie bei der Formel 1 Stellen sich alle an wie Hunde zum Eierlegen Echt Hab ich Radio an? Ah super ich hab Radioauroren Aha der eine Kollege ist so weit links gesprungen Den hat's jetzt abgefetzt Boah Krasser Scheiß Machst du grad einen langen Jump oder was? Ja Ach Wollen wir gleich mal noch den Turbo mitnehmen Ich bin 14er Juhu Kannst du mir dann nochmal sagen ob dieser Stricker Dieser eine Typ der es blockiert hat auf welcher Seite der ist ob der links oder rechts ist? Jupp kann ich machen Weil du bist ja noch ein Stück vor mir Ich seh dich aber da rechts grad fahren Weil ich grad da rumflieg Das heißt so scheiße fahr ich gar nicht Wie so scheiße fährst du nicht? Naja Wenn du mich nicht aufholst Der steht gar nicht mehr da Also an der Dampel wo er gestanden ist steht er nicht mehr Okay Oh ich glaub den Jump Point Oh Gerade noch so getroffen Also ich hab bisher eigentlich alle sehr gut getroffen Ich trau auch diesen Rams irgendwie nicht wenn ich an die GTA Physik denk Die passt irgendwie nicht zu GTA Das ganze Update passt nicht zu GTA aber es ist einfach lustig Ja muss man wirklich sagen es ist sehr smooth Sehr cool, sehr, sehr, sehr chillig eigentlich Ich trau mich immer so ein Backflip Wie im Trailer Alter ich hab ich Hol ich grad tatsächlich jemanden auf? Ich glaub ich könnte sogar noch 13er werden Warte mal bin ich jetzt in der dritten Runde oder in der zweiten Runde? Ich weiß es nicht Warte mal bin ich jetzt in der dritten Runde oder in der zweiten Runde? Ich weiß es nicht Ich fahr immer noch 14er und ich hab den gerade überholt weil der irgendwie runter gefallen ist Also die Kurve verstehe ich jetzt auch langsam? Böse Gamer Ich hoffe bloß die Gamer haut mir das Video nicht kaputt Böse Gamer Weil Soulwax TV lief Komm den Flip schaffen wir Jaaaa Geil Jetzt ist dann gleich der Dennis im Ziel Und dadurch kann man Siehst du mich fliegen? Siehst du mich fliegen? Warte Geh landet Ne Und Finish Fisch Muss ich das Rennen noch zu Ende fahren? Kann das sein? Ja Ja? Gibt's diese Zeit nicht mehr die abläuft? Doch aber erst wenn eine bestimmte Anseln an Spielern vorbei ist äh durchs Ziel ist Ah super Vielleicht schaffe ich sie dann noch Ich bin zumindest schon wieder halb durch die Strecke durch Schau jetzt hab ich auch mal so eine Röhre mitgenommen Oh na das ist ja interessant du weißt wenn du über die Röhren fährst schneller Wenn du über was fährst? Also wenn du über die Deckel fährst von der Röhre Wirst du schneller Naja du musst es aber auch wirklich gut treffen und timen können also Es ist echt schwer Jetzt läuft die Zeit runter Kann ich sogar noch schaffen Wie lang? Noch 17 Sekunden Nee Was geile ist Ich hätte jetzt noch aufgeholt So aber liebe Freunde an der Stelle beenden wir jetzt mal die Folge Warte noch ganz kurz Ja geht's nicht In der nächsten Folge geht's dann weiter nochmal mit so einem Rennen und liebe Freunde macht's gut haut rein und servus Ate Laat die Vielen Dank.